Die EX-Serie von Teledyne FLIR. Alles zu Features, Bedienung und Softwareanbindung der Wärmebildkameras. Jetzt in der neuen Folge von DATATEC UNBOXED. Hallo und willkommen zu DATATEC UNBOXED, unserer Videoserie für Produktvorstellungen, Neuheiten aus der Mess- und Prüftechnik und mehr. Mein Name ist Jörg Scholl, ich bin Vertriebsleiter bei der DATATEC AG. Heute nimmt sie unser technischer Experte Patrick Schmidt mit auf eine professionelle Reise in die Technik, Anwendung und Ausstattung der neuen E-PRO Wärmebildkameraserie. Einen schönen guten Tag auch von mir, toll dass Sie da sind. Mein Name ist Patrick Schmidt, ich bin der Experte für Wärmebildtechnik im Hause DATATEC und Stufe 2 zertifizierter Thermograph. Heute geht es also um die E-PRO-Serie von Teledyne FLIR. Diese besteht aus den drei Modellen E5-PRO als Einstiegsmodell, E6-PRO für feinere Auflösung und E8-PRO optimal zur Wartung von elektrischen Anlagen. Geliefert werden alle Kameras der Serie im robusten Hartschalenkoffer mit Ladegerät und Dokumentation sowie Kabel zum Anschluss an den PC. Zusätzlich bei der E8 haben wir noch ein Tischladegerät sowie einen zweiten Akku, um ohne Zwischenladen einen gesamten Arbeitstag überbrücken zu können. Gegenüber den Vorgängermodellen gibt es zwei große Änderungen. Zum einen wurde ein neues Linsensystem verbaut, das gleichzeitig mit dem engeren Bildausschnitt und dem näheren Nahfokus noch detailreichere Bilder ermöglicht. Zum anderen wurde nun ein größeres 3,5 Zoll Touchscreen-Display verbaut, was die Einstellung der Kamera nun auch ohne die Benutzung der Tasten ermöglicht. Zu den Anwendungsgebieten der Kameras stehen im Speziellen die Instandhaltung im Bereich Elektro-, Industrie- und Gebäude im Fokus. Die E5 eignet sich hier besonders im Bereich der Prüfung von Heiz- und Kühlanlagen und aktiven Bauteilen. Die E6 wird sehr gerne im Bereich der Industrie genutzt, um Verschleiß an Motoren und Getrieben erkennen zu können. Die E8 Pro eignet sich aufgrund der höchsten Auflösung in der Serie besonders gut für die Elektroinstandhaltung. Hotspots können hier sehr gut erkannt werden und über das Display kann man dann direkt auch Bemerkungen und weitere Hinweise zum aufgenommenen Bild hinterlegen. Das erleichtert hinterher die Auswertung. Zur Bildübertragung verbinden Sie die Kamera per USB-C mit Ihrem Computer. Im Menü wählen Sie das zu bearbeitende Bild aus. Hier können nun alle Messfunktionen eingefügt und bearbeitet werden. Diese lassen sich individuell beschriften. Auch die Farbpalette kann im Nachgang noch bearbeitet werden. Zur Reporterstellung wählen Sie eine der hinterlegten Vorlagen aus. Diese können Sie weiterhin mit Textanmerkungen versehen oder das Layout bearbeiten. Der Bericht kann nun direkt gedruckt, als PDF exportiert oder gespeichert werden. Preislich beginnen die E-Pro-Modelle bei ca. 1.500 Euro. Welches der Modelle für Ihre Anwendung optimal geeignet ist, erfahren Sie auf unserer Homepage im Wiki-Bereich bei 100 Fragen, 100 Antworten, in der telefonischen Beratung oder auch sehr gerne in der Live-Demo vor Ort. Für weitere Produktvorstellungen und Neuheiten abonnieren Sie diesen Kanal und wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie sehr gerne einen Like da. 2.500 Euro. 3.500 Euro. 3.500 Euro. 3.500 Euro. Vielen Dank.